ich will da oben ist okay ich habe mein Traum erfüllt da ist ein Knopf aber das kann aber wir können ja Schwerkraft nutzen mit genau so ich hab'n Knopf aber das ist nur einer davon das ist so Teil 1 so jetzt musst du den anderen schießt mal schießt mal hier ups hier ein Ding dran also das blaue das hellblaue am besten Falle ich mir jetzt runtergefallen äh lass mich kurz da das hellblaue dran warte lass mich zuerst wieder da hochkommt hä was? was mach ich da? ah! ich befürwört dass ich muss hier rein und dann ich kann mich da selbst nicht entschließen okay ich muss versuchen jetzt da hoch zu schießen ohne dass ich unterfalle okay geht nicht okay wo soll ich entschießen? da! da? ah da ja okay hab blaues hingeschossen ich hoffe das klappt hallo wo wurde es? aaaaaaahhhhhh oh es hat geklebt nice ich bin da okay ich hab den ersten nicht jetzt kannst du da hin ne warte kannst du nicht okay ich kann es nicht das kann ich selber machen okay alles gut huiii ne warte das war das falsche verdammt ich hatte das wieder geschrien verdammt das war das falsche Portal ich hab das nicht ich hab deines gerade kaputt gemacht warte mal kann ich die da hin ne kann ich nicht ich kann das Portal von dir nicht anvisieren weeee okay wir haben den Ball perfekt wir haben den Ball wir haben den Ball wir können jetzt abhauen von dir wir sind stolz wunderbar erschossen erschlagen ertrunken zerstampft zerbrannt verzeihung ich dachte nur gerade daran an was Menschen so sterben können ihr könnt so nicht sterben ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen warte mal du das ist eine Coop Mission du kannst mich nicht alleine lassen weißt du was Coop ist bitch please kannst du auch kannst du herausfinden was ich machen soll wir müssen uns mit dem Ding hier drauf schlagen also wir müssen wieder die Force benutzen wo kriegen wir Force her mhm ach hier 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 guck du musst hier und hier ein Portal einsetzen damit ich Force sammeln kann nein ich will Force sammeln aber wenn du dann wenn du das berührt dann geh deine Portale weg deswegen muss ich die setzen ok dann setzt du die Portale so jetzt gehst du mal da rein jetzt sammelst du Speed jetz muss ich das blaue dahintun warte warte opp geh nochmal gehen nochmal geh nochmal geh nochmal dahin wätsch er sind einfach so unendlich fallen ein bisschen aber auch ich stelle es mir in real life halt auch extrem cool vor okay jetzt drück mal diesen Knopf da okay ach so du musst jetzt du jetzt musst du diese Portale hinsetzen peng peng oben 1 und dann muss ich Speed sammeln und du musst dann das rote Portale dass das andere diese Errung des Portal dahin das ist von dem Gesetz aber damit schlecht du musst du musst doch den Knopf drücken nein du musst es weg den Knopf du hast oh du bist schlau ich kann ja einfach so werden I trusted you wow schaff ich das first try und so wie du kleiner Lappen hey was willst du verkackt einmal erinnert mich daran wie es einst war doch da seid ihr wieder da ganz als wäre nichts geschehen selbstvertrauen schafft man am besten indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt schaffst du schaffst du verkaufst ein bitch du bist minderwertig dafür reicht die Zeit fuck ich habe meine eigenen Wege gehen cool wir können wieder Forster wo müssen wir hin du gibst ein hervorragendes Beispiel ab Dankeschön ich glaube wir müssen da hin nö okay wenn du auf den Knopf drückst was er das so nene ach so nene ich muss Forst er wird auf uns muss vorsammeln und dann darüber fliegen was soll ich auch und den Ball holen Forster ich bin cool auch dahin okay weil das muss halt welche das in real life erstelle so du siehst halt du guckst nach Manu Manu Press weil in real life wärst du schon allerdings tot weil wenn du den Boden berühren würdest du würdest wärst du so schnell den Boden berühren kommt ne 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 kann ich nicht du kannst ja hinlaufen Hilfe Hilfe Nein nicht dadurch nicht dadurch nicht dadurch nicht dadurch äh und zwar äh geh ich jetzt da durch und du gibst mir den Ball dann gleich darüber okay weil wenn du hier durch gehst er geht der Ball kaputt das hab ich vorhin schon benutzt komm TK Nein 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 Verrossel da unten jetzt jetzt kann ich einfach durchsgehen okay stimmt auch wieder We did it Teamwork Wie lange geht das? Aber ich verstehe Wir haben noch ein bisschen Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch Du scheiße Das wird später noch viel schwerer Kognitive Fähigkeiten habe ich jetzt nicht so viele Was soll das heißen? Ich bin behindert Ich bin behindert Fossel Fossel ne das nicht Und doch Foss Mach mal Foss Das ist kein Foss Das ist Foss Glaub ich Setz mir eins hierhin und eins hierhin Hier ist Foss Nein, 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 nein. komm her Setz mir eins hierhin und eins hierhin Ich sammle kein Force! In Minecraft hat es funktioniert! Hallo Wakba Hallo Wakba Drück den Knopf! Welchen? Ich hab einfach eh gesprämt jetzt War das richtig? Hoppala, ne ich hab's verkackt, ok Nochmal Ja das war richtig, aber halt Du musst jetzt 2x an deinen Knopf drücken Aua 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 Oh mein Gott Force Wo bin ich? Riecht dir riecht Aua, ich knall die ganze Zeit auf die Kante Dann beweg dich nicht, lass dich einfach fallen Tu ich, ich drück nichts Boop Be ready, drück den Knopf Hab ich doch, oder? Drück den Knopf, nein Jetzt nochmal Jetzt den Knopf und nochmal den anderen Ich weiß nicht Du bist perfekt, wie du die lösst Häääääää Wo bin ich? ich das lustige ist ich will dir halt kein ich kann die ganze Zeit so weitermachen ich will gar nicht mehr aufhören weil es ist über lustig weißt du was ich bin ein böser parent und werde ich jetzt aufhalten ich spiele gerade Portal Fakten such a fun game I'm having such a great time playing this game baut Portal 2 auf Portal 1 ja aber halt Portal 2 es hat viel mehr neue Features und ist so steil und langweilig aber das kostet was es ist vor Ort dankbar hat er hier als Sieg es kostet warum sollte man sich da drauf stellen er ist ich komme wie das Wasser ich weiß nicht die doch nicht okay okay wo kann man nochmal tschüss was du ein lokal zu erleden du musst fort du musst fortbilden genau bleibt man hier auf der seite ich gehe mal wieder wieder hier jetzt denken aus okay was du musst hier ein portal setzen und jetzt wieder raus wo das andere hin muss ich weiß nicht genau da komme ich nicht dran glaube ich ist ein knopf oder sowas bei dir ich sehe keinen haben vielleicht ein problem wobei du kannst du nicht auf der anderen seite von dem ding da ja also das schießen also du gehst er hast okay diese wand durch wie jetzt kann jetzt kannst du zurücklaufen und das portal nehmen wo am i hier hinten jetzt musst du hier ein portal glaube ich hinsetzen oder kannst du hier hinten einschießen geht das nö es ist geblockt r hier ist auch nichts drin wobei das rote muss jetzt hier hin dein rotes muss hier hin leider der wird sich auch darüber kommen ja aber da muss ich hier nochmal runter ne ja das hat das problem aber genau jetzt geht es gehe ich zack und bin ne jetzt hast du es falsch gemacht ist es nicht ein bisschen egal dein gelb nein dein gelbes musste hier hin ach so das der feld ist nochmal dahin wir machen das ganze von vorne wie ich habe verkackt falsch portal ok nochmal von neu wie Was machst du? Ne, warte, warte. So ist es, Mann. Du musst dir ein Portal hinsetzen. Ich hab's da ein Portal hinsetzt. Ich hab's außerdem überschrieben. Achso, ich muss dir jetzt auch ein Portal setzen. Ich muss auch ein Portal setzen. So, jetzt. Was ist das für eine Spiele, Scheiße? Wenn ich meine Portale da lassen soll, kann ich grad gar nichts machen. Okay, warte. Mach ein... Warte, warte. Du gehst jetzt zurück. Setz deine Portale. Ich geh runter. Setz hier eins hin. Ah, okay. Und hier eins. Und du fliegst jetzt. Okay, let's go. Hallo Akbar! Hat geklappt. Jetzt muss nicht ich noch irgendwie durchkommen. Jetzt muss... Jetzt, wenn du zurück... Du meinst, du kannst zurückgehen, oder? Nee, weil wenn ich jetzt hier durchgehe, werden meine Portale gesetzt. Hä? Nee, warte mal. Du kannst doch dein Portal setzen, oder? Ja, kann nicht. Dann setzt dein Blaus Portal jetzt hier hin. Dein Hellblaus. Dein Hellblaus. Dein Hellblaus. Warte. Once again. Zack. Also, welcher bin ich? Bin ich der, der fliegt? Ja. Also, und danach flieg ich, und danach fliegst du, und danach flieg ich hinterher. Soll ich fliegen? Ja. Okay. Jetzt, jetzt muss ich durch... Jetzt muss ich... Mach mir... Mach mir meine Portale. Du hast mir das nicht vorbereitet. Perfekt. Achso. Warte. Ich muss jetzt auch hoch. Aber wenn die... Ich muss runter gehen, zum Portalesetzen. Oh, dann habe ich es gerade falsch gemacht, Digga, halt die Fresse. Ja, okay, ich habe es falsch rum gemacht. Geh runter. Und jetzt fliege ich als erstes rüber. Warte. Aua. Digga, lass dich mal an meine Protale setzen. Fuck yeah, America. Hä? Nein, was ist das Falsche? Oh, ne, was? Ach so! Okay, und jetzt setze ich meine Orangenis hier hin und... Oh. Mein Rotes... Ich wollte mein Rotes hier hinsetzen. Alles von Dein! Ach, Mann, das macht jedes Mal falsch rum. Ich sehe so dieses Rote und denke mir, okay, da muss er ja offensichtlich nicht durch. Also muss ich jetzt noch Rangstrücken. Keine Ahnung, warum das in meinem Gehirn abgespeichert ist. Fuck me, yes. I love Jesus. Also sag mir, worin ich meine Protale schießen soll. Wir machen... Du gehst jetzt wieder deinen Jump machen, okay? Und ich muss wieder runtergehen, damit du den Jump hier hochschaffst. Wir machen jetzt alles langsam. Fühlst du dich hoch. Ist fertig. Wuii! So, was jetzt? Jetzt! Das macht doch über wenig Sinn. Okay, wir müssen es halt nochmal jetzt machen. Jetzt setzt du da oben... Ach, nö, wir hätten uns... Oh, mein Gott, wir hätten uns das sparen können. Du nimmst jetzt ein hellblaues Portal und setzt es da hin. Wohin? Ah! Jetzt gehe ich hier durch. Boom. Ich habe es schon mal geschafft. Und jetzt musst du noch durchkommen. Dafür musst du jetzt... Ich kann auf der anderen Seite im Portal setzen. Oh, ich weiß nicht, ob es was bringt. Nee. Warte, ich kann hier durchgehen. Nein, weil... Nein, 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 nein. Doch! Du musst jetzt auch... Doch! Ja, aber wohin? Ja, zum Ausgang. Ich kann einfach durchgehen. Fuck! Oh, what the fuck? Wir sind nicht dumm! Lol. Ja, okay, das war eine einfache Lösung. Die hätten wir so nochmal richtig fertig gebracht. Okay, ich mache mal hier Portale hin und du kannst jetzt fliegen gehen. Fuck yeah. Fuck yeah! Fuck yeah! Ah, da ist ein Knopf. Okay, du musst zurückgehen. Du musst jetzt zurück zum Fliegen gehen. Geh fliegen. Und dammel den Cube auf. Geh fliegen! Genau, okay, kannst du einfach durchlaufen. Ich fliegt den Cube auf. Boom, yo, yo, yo! Geh die Cube auf. Ja, dann. Dankeschön. Jetzt. Jetzt. Gib mir den Cube. Nein, 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 gib mir den Cube. Genau, jetzt fliegst du wieder. Und ich gebe dir den Cube gleich gleich da hoch. Fuck yeah! Bitte schön. Take it, bitch. Fuck you. Take the Cube und, und, und. Take the Cube and put it in your butt. America! Okay, jetzt müssen wir fliegen. Okay, jetzt kannst du wieder fliegen gehen. Ah, I like Likes. Ah la. Gibt's einen Sprint-Barton? Ne. Scheißspiel. Nicht komm mit. Whiii! Wobei, das war falsch. Okay, ich bin dumm. Aber jetzt musst du, glaube ich, zwei Portale hier setzen, gell? Genau. Ich gebe kurz wieder Fliegen. Und dann machen wir eine Fliegenketten-Reaktion. Whiii! Okay, jetzt kann jetzt gehst du runter und ich gebe dir hier ein Portal. Oh shit, we got a dance moves. Yeah boy. This boys, high five me bitch. Fuck yeah. Fuck yeah. Diese Klatscherei ist doch eine wahre Errungenschaft. Ich bin stündliche Portionautisch nicht. Und du stehst doch auf BDSM. Das ist geil, oder? Ich hatte eine Markel. Ich habe ein Missgefühl für menschliches Leid. Hier fliegen wir hin, oder wie? Was ist denn hier oben? Zeig mal her. Ah, hier oben ist das Pad. Okay, wenn ich hier aufs Pad gehe, fliege ich da hin. Was du jetzt machst, ist dein Problem. Da hin, oder? Hä, was man macht, wenn du jetzt aufs Pad gehst, wohin fliegst du? Da hin. Da drauf. Genau. Und wohin möchte ich dann das andere hinhaben? Ich glaube, dahin, oder? Ja. Fuck it, let's try it. Wuiiii. Wuiiii. Ach so, ich muss jetzt im Flug weitermachen, oder wie? Man scheint. Okay, hier muss einfach... Opa, la. Hi. Guck mal, wenn du willst, kannst du direkt mitkommen. Ah, nee, du musst jetzt dann so durchgehen, glaube ich, oder? Nee, warte. Ach so, genau, genau, oder? Ich muss hier und hier einfach setzen und du musst hier durchgehen und dann mir den Weg weitermachen. So. Schatten? Geh einfach erst. Geh da durch. Du musst ja durchgehen. Aber dann sind meine Portale weg. Ja, und ich mach mir hier Portale. Du musst dann auf der anderen Seite das Glas Portale machen, damit ich weiterfliegen kann. Okay, also willst du nicht... Du landest ja hier. Genau. Du musst dann wahrscheinlich hier dann noch weiterfliegen. Kann gut sein. Let's try it, bitch. Wuiiii. Hat geklappt sogar. Was ist das für ein Knopf? Ich brauche einen Cube. Ah. Der Cube ist auf der anderen Seite und er fliegt zu dir. Wuiiii. Oh, geil. Wuiii. Ne, er fliegt zu dir. Wuiii. Bitteschön. Ist der jetzt ne Treppe oder sowas? Alter. Bist du zu dumm? Ah, ne, jetzt mach die Tür auf. Okay. Alla. Wart mal, ich springe einfach... Äh, ich weggehe... Ich, äh... Ne, jetzt musst du zurück und das gleiche machen wie ich. Kann ich nicht suicide? Ne. Wozu gibt's den Raum da unten eigentlich? Keine Ahnung. So, jetzt musst du zurück und da und da ein Portale setzen, was ich mein. Und ich mach die Portale hier und da hin. Und jetzt fliegt. Erstmal muss ich hochkommen. Genau. Wäre, glaube ich, ne Idee, oder? Boom. Und jetzt die Wurzerteilung ist. Jetzt fliegt. Leila gelitten, nigger. Wollt, kack. Wollt, kack. Wollt, kack. Wollt, kack. Wollt, kack. Nicht aufs... ...Pedtreten. Zack. Oh, I'm flying off the edge. Wo bin ich? Pfiou. Gib mir n' Check. Hahahaha. Äh, ich würd sagen, Fliiii. Wuiiii. 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 Okay, wir sind toll. Jetzt kannst du durchgehen, glaub ich. Oh ne, hier muss... Oh ne, das ist nuff. Das is only for cubes. Hier fliege ich wieder zurück. Okay, warte, was soll ich tun? Warte mal, ich drück dir erstmal die Hände. Wuiiii. Ich fliege. Wuiiii. Oh, ich krieg nen Cube. Oh, oh, oh nice. Ah, okay, okay. Jetzt noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Drick, 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 drick. Und ist zu hoch, verdammt, okay. Äh. Ich muss fangen. Nein, nicht zu schnell drücken, weil sonst machst du die Cube's direkt kaputt. Ich muss die fangen, das ist das Ding. Gut gemacht. Warte, 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 warte. Versuch's mal auf mich abzustimmen. Alles läuft wunderbar. Es war zufrieden. Okay, jetzt. Wuiiii. Oh. Yes, ich hab ihn. Fuck yeah. Okay, wie kann ich jetzt aufhören zu fliegen? Dankeschön. Hoppala. Okay. Okay, jetzt kannst du wieder, jetzt kannst du wieder herkommen. Piu. Viel Grunsch zum Abschluss des letzten Tests, aber etwas verunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Weiß ich nicht. Ask Hitler. Hahaha. Aber drei Millionen Menschen umgekacht für die Wissenschaft. Hahaha, ich habe drei Millionen, irgendwas bin ich jetzt nicht. Ja, als fünf Millionen. Wenn ich irgendwann mal ein richtig harte Kriminein werde, ich würde Leute vergasen. Was ist der? Hm? Man, mir fällt grad aus. Ich bin getardet. Okay, wir... Ich muss mal kurz neu synchronisieren. Nehmst du das auf, oder? Wo ist der Chat? Wir können aktivieren T. Perfekt. Ähm... Wir müssen beide gleichzeitig diese, diese, diese Dinger machen. Du musst jetzt einfach da und da total machen. Wo? Da hab ich aufgepasst. Ich hab geguckt, wie das läuft. Und da. Ja. Und jetzt müssen wir gleichzeitig auf diese, auf diese Dinge in Doogies da hängen. Also warte. Ich mach, ich mach nen Counter. Weil, weil Counter alle cool sind. Wie mach ich das nochmal so? Bei null. Weeeeee. Weeiii. Weeiii. Weeitit. Weeit. 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 Ja. Ja geh rein. Das war's mit dem Part vom Portal. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann bewertet das Video. Und tschüß! Untertitelung des ZDF, 2020